Die SLK-Kliniken sind ein Klinikverbund mit vier Standorten insgesamt. Wir sind ein Haus mit insgesamt 4.200 Mitarbeitern, Berufsgruppen vom ärztlichen Dienst, dem pflegerischen Dienst, technische Dienste bis hin zu Verwaltungsdiensten. Uns ist für die Mitarbeiter, die wir suchen, wichtig, dass sie authentisch sind, eine Loyalität zum Unternehmen mitbringen und natürlich auch eine Verbindung zu SLK herstellen können und sich hier gut in eine teamfähige Struktur einleben können. Das Recruiting bei den SLK-Kliniken war bis vor zwei Jahren noch stark im Bereich Printmedien angesiedelt, weniger im Online-Bereich und dort dann auch eher vereinzelte Ausschreibungen gemacht, nicht wirklich konzeptionell. Inzwischen haben wir uns dahingehend aufgestellt, dass es wirklich konzeptionell, crossmedial ausgerichtet ist und dort nimmt im Online-Part Indeed einen relativ hohen Stellenwert mittlerweile ein und wir posten quasi alles, was bei uns auf unserer Karriereseite gepostet wird, direkt über eine Schnittstelle bei Indeed. Also circa 70 bis 80 Prozent der Zugriffe auf unser Bewerberportal kommt über Indeed. Also ich habe Indeed genutzt sowohl zu Hause am Laptop, aber auch unterwegs mit meinem Smartphone. Das war halt einfach super, dass ich jederzeit das abrufen konnte. Also die Ergebnisse waren super und hat gut gepasst. Also ich würde Indeed definitiv meinen Freunden weiterempfehlen, weil es einfach die eigene Suche optimiert und sowohl qualitativ als auch die Ergebnisse halt verbessert. Die Zusammenarbeit mit Indeed gestaltet sich extrem einfach und zeichnet sich dadurch aus, dass man einen persönlichen Ansprechpartner auch hat, den man eigentlich so gut wie immer erreicht. Es wird regelmäßig nachgefragt, ob man zufrieden ist mit den Kampagnen, ob Zugriffszahlen aufs Portal passen und das ist natürlich sehr positiv auch im Vergleich zu anderen Jobportalen, wo es das in dem Umfang an Support einfach nicht gibt. Also wir nutzen ja stark Online-Medien, können auch gut erfassen und messen, aus welchen Bereichen kommen Bewerbungen zu uns. Dadurch konnten wir sehr gute und positive Effekte erzielen, seit wir mit Indeed zusammenarbeiten, dass wir eben registrieren konnten, dass ein sehr hoher Anteil der Bewerbungen über Indeed zu uns kommt. Insofern ist das für uns auf jeden Fall eine Zusammenarbeit, die wir in der Richtung auch weiter fortführen und ausbauen möchten. Also wir haben bei Indeed derzeit drei Kampagnen gestartet. Das ist zum einen für unseren ärztlichen Dienst, für den pflegerischen Dienst und für den Funktionsdienst. Bei den drei Kampagnen können wir alles separat auswerten, wie viele Bewerbungen kamen, wie viele Zugriffe haben wir auf die einzelnen Kampagnen und können dann auswerten und sehen, wie viele Bewerbungen kamen in Summe von Indeed und das waren jetzt im letzten Jahr an die 500 und von den 500 haben wir so zwischen 20 und 30 Einstellungen vorgenommen.